Wasser und Zyklohexan bilden in der Gasphase eine ideale Mischung. In der flüssigen Phase sind beide Stoffe jedoch nicht mischbar. Es bildet sich eine Mischungslücke. Bei 110 Grad Celsius und 2 Bar werden 36 Gramm Wasserdampf und 168 Gramm gasförmiges Zyklohexan zusammengegeben. Diese gasförmige Mischung wird langsam isobar, also bei gleichbleibendem Druck, abgekühlt. Berechnen Sie den Partialdruck von Wasser und den Partialdruck von Zyklohexan in der Ausgangsmischung. Um den Partialdruck des Wassers und des Zyklohexans in der Ausgangsmischung zu berechnen, wird zunächst der Molenbruch in der Gasphase ermittelt. Die molare Masse von Wasser beträgt ca. 18 Gramm pro Mol, die des Zyklohexans ca. 84 Gramm pro Mol. In diesem Fall befinden sich 2 Molen Wasserdampf und 2 Molen gasförmiges Zyklohexan in der Gasphase. Um den jeweiligen Molenbruch YI in der Gasphase zu berechnen, teilt man die Stoffmenge einer Komponente durch die gesamte Stoffmenge. Mit dem nun errechneten Wert kann das Deutensche Gesetz angewendet werden. In der Formel steht das P-Total für den gesamten Druck, YI für den Molenbruch und PI für den Partialdruck. Daraus ergibt sich ein Wert von einem Bar für Wasser und einem Bar für Zyklohexan. Ab welcher Temperatur kondensiert flüssiges Wasser aus der Gasmischung aus? Ein Gas kondensiert, wenn der Partialdruck PI dem Dampfdruck P-Stern gleicht. Dieser Dampfdruck kann aus den tabellarischen Werten abgelesen werden oder mittels der Antoine-Gleichung berechnet werden. Da der Dampfdruck vom Wasser einem Bar entspricht, kann aus der Tabelle die Kondensationstemperatur abgelesen werden. Bei dem Partialdruck von einem Bar, also 1000 Millibar, ergibt sich eine Temperatur von ungefähr 100 Grad Celsius. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.